oh wisst ihr was richtig geil wäre ich kann im leipzig cup weil winkel nicht spielen kann wegen internet fehlt kann ich gegen winkel freewind forcen der zählt dann als 2-0 ich habe gegen wonna gespielt und wonna spielt gegen winkel und dann werde ich einfach erster in der gruppe großes herrn sage ich euch ganz großes herrn nicht so groß ist allerdings dass ich hier schon wieder zu wenig worker hatte eben das hätte ich vielleicht ein bisschen besser machen können aber nur vielleicht den chat könnte ich auch nach vorne machen damit ich ihn lesen kann das wäre auch gut das ist ein gateway ein gas da ist noch ein gas wer denkt ich kann in waschen man sieht ich bin nicht bekannt genug nein und ich bin auch nicht gut genug wie man sieht mache ich one gate expand kann ich mir nicht leisten auch wenn das gateway jetzt ein bisschen spät ist aber ist egal aber ich gehe ich gehe runter und baue hier ein pylon aus prinzip und cyber core ist minimal weiter minimal das okay das ist nichts was game ending wird das gateway zu spät ist schon interessanter wahrscheinlich nicht leipzig cup wollen ich ja nein musti du hast einfach zu spät dich angemeldet das ist einer mit dem haben da gar nichts zu tun und deswegen ja einfach die augen offen halten und dann läuft das auch okay zwei stalker das hätte ich auch besser scouren können du musst einfach nur bei mir auf dem channel in den turniere und dann weißt du sowas auch und dann weißt du sowas auch so ich baue jetzt als nächste runde zwei adapts um damit rüber zu schäden da waren wir dann langsam mal sentries und dann noch mehr worker aber da habe ich auf jeden fall zu wenig okay sowas wird das also okay So, ich habe jetzt natürlich nicht gesehen, was das ist, aber ich glaube, das waren zwei Gates, ne? Gut ist, wenn man immer Energie bangt, wie Sau. Dann kann man natürlich bei sowas auch gut Chrome boosten, ne? Okay. Okay, Overcharge genutzt. I'm here in the shadows, you must construct additional pylons. Okay. Ich glaube ich bei da ein Pylon. Oh, da muss ich aufpassen. Da kommen noch mehr Units. Vielleicht sollte ich das reinhorten. So. No GG, was ein Holt. Yes. No GG, was ein Holt. No GG, was ein Holt.